hallo und der hogwarts express und jetzt zeigen wir euch mal kurz haben wir nämlich in den folgen nach vor vergessen wie weit wir denn schon sind also das sind die schienen das ist von dem personenwaggon das ganze und hier ist der 14 wo siehst du die 18 ja das macht ja nicht so wir haben also den zug die lok plus den trailer für die kohle fertig und wir machen weiter mit dem personen wo hast du die denn so ich weiß dass wir das gleiche jetzt noch mal machen müssen da sind wir nicht wir müssen das gleiche guck mal das müssen wir jetzt noch mal machen warum wir nämlich zwei von also machen wir das jetzt ok jetzt hat der papa ja schon übung und weiß wie das geht genau Genau. Das kommt nach H. Bei A, B, C, D, E, F. So, und ich bin dafür, dass du das jetzt zusammenbaust mit Papas Hilfe. Mann. Papa macht jetzt hier alles wieder raus. Und ich muss das dann machen. Und dann baust du zusammen und Papa hilft dir. Nein, ich mache. Versuchst du alleine? Ja. Okay. Papa macht hier wieder den Müll raus. So, das Ding mal erstmal hier wieder hin. Zack. Und dann muss ich noch das Auto machen und das. Ja, und den Bahnhof. Ja, und das also, das gehen wir eigentlich sofort machen. Ja, aber wir gehen noch besser nach der... Sollen wir das sofort machen? Ja. Sollen wir das als nächstes dann machen, wie wir das gemacht haben? Ja. Ja? Ja. Okay. Dann muss ich das nicht mal machen. Oh, das ist richtig hoch. Dann muss ich das dann aufhören. Ah, ist fast fertig. Also 24 Minuten noch, mein Schatz. 24 Minuten. Siehst du das? Da. Ah, 24. Und dann kommt die? Danach kommt die 25, richtig. Und davor kommt die? Was ist denn mit der 23? Und dann? 23. Ist doch jetzt! Da hat er! Brauchen wir denn für das andere auch noch was? Dann lass uns mal gucken. Guck mal, da muss auch noch was hin. Das. Was ist? Das müsste die Nummer sein. 55. Ja. 55? Ja. Ja, suche ich sofort raus. Oder ich hole die raus. Genau, oder du suchst die Nummer raus. Warte mal, das müsste... Das? ...hier sein. Hier müsste das, hoffe ich, drauf sein. Guck mal. Einmal? Einmal, ja. Und den hab ich. Und wer ist da jetzt? Mehr brauchen wir dann nicht dafür. Aber da unten, welche? 70. Nee, das, da unten, das brauchen wir dann. Und wir machen jetzt erstmal... Ach, guck mal, hier die 58. Die müssen wir auch haben. 80. 80. 80. 1, 2, 3. Guck mal, bitte, mit gefilten Reifen. Ähm, warum? Weiß ich nicht. Ich seh den hier gerade nicht. Und ist der Hund da? Ja, guck mal. Ach, nee. Hab ihn. Okay. Gefunden. Und? So, 1, 2, 3, 4. Also das, das ist immer jetzt die Dessen. Den brauchen wir nicht mehr, ne? Nee. Aber für die, die... Das, 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 nee, das holen wir gleich raus. Wir machen jetzt erstmal 1, mein Schatz. So. 1, 2, 3, 4. Den brauchst du als erstes. Oh, nein. Dann. Dann. Gucken wir den nochmal weg. Den brauchen wir gleich wieder. Und der Papa macht's. Hier aus der Platte den Müll. Wie muss das dann? Hm. Das weiß ich nicht. Aber guck mal. Das muss ja... Nee. Guck mal hier. Genau. So. Und dann muss der, muss so. Ah. Dann kommt der da rein. Okay? Ah, so, ja. Ja. So. Yes? Nee. Guck mal. Ey, hier fehlt ein Teil. Hallo? Welches? Hast du, ist da was runtergefallen? Was denn? Das hier. Das in der Mitte. Müssen wir noch haben. Da, die 59. Ist was runtergefallen? Ja. Weiß ich welche? Nee, weiß ich nicht. Was hast du denn hier? Die 78. Wo liegt die denn? Genau neben deinem Stuhl. Ah. So. Eine richtig gute Lande. Okay. Da, da. Didi. Da, da. Da, da. So. Kann ich schon mal weitermachen? Ja. Weil, welchen... Du brauchst jetzt als erstes das hier. Das. So. Das wird jetzt so. Ja. Und dann kommt das so. So. Hey. Ah. Da. Heute ist nicht dein Tag. Ah doch. So. Und das muss... Nee. Das brauchst du nicht. Noch nicht. Brauchst das jetzt erst. Und das muss jetzt so da drauf. Also erst hier hinten. Reinstecken. Guck. Soll ich das einmal machen? Ja. So. Guck mal. Dann kommt der da hin. Das soll ich das durch. Oh. 85%. 16 Minuten noch. 60. 16. 16. Oh. Süß. 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 So. Okay? Ja. So. Jetzt. Kommt der hier. Äh. Ja. Der ist gleich fertig da. Ja. Das ist egal. So. Jetzt guck mal. Jetzt kommt der. Den müssen wir jetzt hier dazwischen klemmen. Und der. Acht Minuten. Papa. Ja. Macht ja nichts. 15 Minuten. Dann versuch du jetzt mal. Ja. Das. Die 59. Dranzumachen. Guck mal. Das muss ungefähr so aussehen dann. Also so muss das aussehen. Ne. Eins halt. Da dran. Wie kommt das da dran? Ne. Äh. Ich weiß wie. Ich hab da eine Ahnung. wie das da dran kommen kann. Ne. Ich hab da keine Ahnung. Wie das da dran kommen kann. Probier mal aus. Guck dir das mal auf dem Bauplan an. Vielleicht hilft dir das. Ja. Danke. Ey. Total. Und da. Ne. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. ist das auch die richtige seite so ich dir doch helfen doch ein bisschen schwierig guck mal guck mal guck mal so hier nicht da und jetzt muss man da drauf drücken der popper macht ihr dann jetzt drauf und dann machst du die reifen fest ok hat er die reifen einfach richtig abgedrungen so reifen Reifen Guck richtig hin Die kannst du auch noch weiter drauf schieben Ich bin bereit Schön weit drauf schieben, okay? Papa macht dann in der Zeit das hier schon mal dran Da muss ich immer die schwierigen Sachen machen Ja, wieso die schwierigen Sachen? Der Papa macht ja auch schwierige Sachen Mein Schatz Und die Schaft So, jetzt muss man mal gucken Darf ich das mal sehen? Okay, das muss da ran Ich bin der erste fertig Oh, super Und jetzt noch den letzten Ich bin der erste fertig Und? Super Jetzt? Guck mal Damit die Reifen nicht mehr abhauen Ja, warum? Willst du jetzt nicht da rein? Sag mal Das ist wichtig Findest du? Ja Die Leute auch Hoffe ich Oder? Genau Oh, ich bin das nicht lustig? Doch Nein So So Da ist sie Und Acht Minuten So Damit der Reifen nicht mehr abhauen kann Acht Minuten Zack Und jetzt kommt der noch hier drauf Acht Minuten Acht Minuten Sag mal Das hast du je gemacht Was denn? Nächster Fälschung drauf hier Hundert 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 Sieben 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 Hundert 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 Oh, ja. Ja, wir machen jetzt das so. 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 Und ich. Du. 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 Das darf man nicht. Nicht bei rot, doch, nur oben. So. Gut. Ah, Papa muss jetzt gerade mal ein bisschen hier was ausbessern, wenn wir haben wir fast schon zusammen gebaut. Ich bin ein Hopper da. So, guck, jetzt haben wir ein richtig. Ich bin ein Hopper da. Ja. Du bist nicht ansteigen. Du bist an. Nein. Ich bin aus. Deo, die Leute sehen nix. Deo, die Leute sehen nix. Deo, die Leute sehen nix. Oder? Ja. Machen wir jetzt weiter oder was machen wir jetzt? Weiter. Aber erst mal. Sollen wir den jetzt machen oder ich weiß ja, was du machen möchtest. Und zwar Möchtest du, wenn ich mich nicht irre? Das Auto. Das Auto machen, ne? Ja. Ja komm, dann machen wir jetzt das Auto. Ja. Okay. Wann brauchen wir? Welche Nummern? 187. Die 117. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hab das schon gesehen. Ja. Ruhig bleiben. Da. Da ist die 117. So falsch sind wir doch nie. Die 118 auch? Ja. Ich hol die aus. Die 119 brauchen wir auch. Ja. Und die 116. 50 Grad. Du steh. Luka, du machst das kaputt. Ich will. Ja. Warte einen Moment. Aufpassen. Du musst das dann sagen, mein Hase. Da wird besser. Und da wird es. Wir müssen nur das machen. Nee. Wir müssen das auch machen. ist nicht fertig so erhält das auto doch gar nicht geht das ja auseinander ist eigentlich richtig ja so was nicht so was nicht richtig fertig machen weiß was wir morgen machen wir beide morgen gucken wir beide harry potter teil 1 den film ja kannst du auch gucken du darfst das schon gucken sieben aber lotter auch die lotter ist ja nicht hier oder ja so also die 117 kommt daran ja der druck ist fertig richtig aber das ist jetzt egal so ja wenn wir den waggon noch haben dann sind wir fast fast fertig denn dann kommt nur noch die bahnhofstation die bahnhofstation ist nicht viel aber wir sind hier bei i nicht bei hundert ist da hundert was dann nach 99 die hundert ich habe ich aber du hast mir nicht zugehört weil ich dir dein auto hier zusammenbaut mein das ist hier das ist hier Da ist Müller. Da ist Müller. So, meine Lieben. Wir haben das Auto fertig. Da hast du es. Bitteschön. Genau. Das Auto von den Weasleys haben wir dann jetzt auch zusammengebaut. Fehlt uns eigentlich nur noch der Personenwagon und dann der Bahnhof und Harry und Ron. Genau. Die fehlen uns noch und dann haben wir es. Ich habe hier so ein fliegendes Auto von der Nase. Und damit verabschieden wir uns jetzt von dieser Folge und sagen Tschüss. 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 Tschüss.